In Deutschland nimmt angesichts des österreichischen Beschlusses die Debatte um die Einführung einer generellen Impfpflicht weiter an Fahrt auf. Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach sagte am Sonntagabend in der Sendung die richtigen Fragen des TV-Senders BILD. Ich würde das auf keinen Fall mehr ausschließen und tendiere dazu zu sagen, das hilft uns jetzt nicht akut, aber wir müssen uns einer Impfpflicht nähern, das ist so. Auf Twitter schrieb Lauterbach, die derzeitige Corona-Politik in Deutschland sei erfolglos. Erfolglos. Zu spät wurde reagiert auf erstens eine zu niedrige Impfquote, zweitens den Wirkverlust der Impfung, drittens den Hyper-R-Wert von Delta im Innenraum. Jetzt hilft nur radikal 2G, 2G+, auch eine allgemeine Impfpflicht sei kein Tabu. Auch Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holecek von der CSU kann sich laut dpa angesichts der stark steigenden Corona-Zahlen eine allgemeine Impfpflicht mittlerweile vorstellen. Im Deutschlandfunk sagte er, dass er selbst immer eigentlich ein Gegner einer Impfpflicht gewesen sei, inzwischen glaube er aber, dass man relativ schnell über dieses Thema sprechen müsse. Eine Impfpflicht werde nicht heute und morgen helfen, aber sie sei der Weg aus der Pandemie. Darüber müsse relativ schnell in Berlin gesprochen werden, es brauche eine bundeseinheitliche Lösung. In der vergangenen Woche hatte auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder für eine allgemeine Impfpflicht plädiert. Politiker der möglichen künftigen deutschen Ampelkoalition hatten eine solche Regelung für Deutschland allerdings zunächst ausgeschlossen. Die Impfpflicht wird es nicht geben, hatte der geschäftsführende Außenminister Heiko Maas von der SPD erklärt. Auch die FDP lehnt einen solchen Schritt ab. Untertitelung des ZDF für funk, 2017